An der Sekundarschule Schlieren sind 80% der Schüler Ausländer. Aus Spargründen werden jetzt die 20% Schweizer Schüler ins ausländische Umfeld integriert. Ein entsprechendes Versuchsprogramm wurde vor kurzem gestartet. Bereits im vergangenen Schuljahr wurden die Lehrer umgeschult. Eure Ferien auf SMS-Aufsätze waren im Falle mega geil. Alle, hauset einen. Also, Amir, kommst du mal auf meine Stage. Juhu, der geil! Das war ein krass geiler Aufsatz. Merci, Mann. Und jetzt auch schon. Mega bitch. Hey, ich bin dein grosses Dope übergenommen. Ich bin fast übergegangen. Voll krass. Hey, was läuft, Mann? Hey, was ist? Ich schweige mich nicht an, Mann. Handy retour. Easy? Easy. Arschloch. So, jetzt kommen alle zum Häuptling und das Handy holen. Zweitlano. Äh, geil gewesen, Zweitlano. Dann der Stojan. Super gewesen, gute Arbeit. Dann Anupfak. Super gewesen, Stojan. Hey, oh, Mann. Hey. Dann haben wir Fatima. Und natürlich auch Aniko. Super gewesen, Fatima. Ganz gut gemacht Aniko. Und am Schluss haben wir noch Jessie. So, geile Arbeit wie Jessie. Super gemacht. Valti Rüttisüli. Wie viele Mal habe ich dir schon gesagt, du musst dich anpassen? Wie ich auch. Sonst bleibst du immer mit einem Depp von dieser Klasse. Schreib dir auf, so etwas auf Papier. Für was haben wir noch ein Handy? Hä? Ja, aber mein Vater und meine Mutter haben gesagt, dass die elektronische Kommunikation nicht nur ökologisch, sondern auch psychische Belastung ist. Also gerade für eine 15-Jährige ist die Omnipräsenz von diesen Strahlen einfach schädlich. Da fängt es ja schon an. Vater und Mutter. Deine Eltern sind ja nicht einmal geschieden. Du bist ja völlig out. Ja, ich kann einfach nicht so cool dastehen. Ich kann auch nicht rappen. Aber ich spiele Trompete in der Harmoniemusik Seuliant. Pssst, nicht so laut. Das gehört schon jemand. Und wie du schreibst, schau mal da, schau mal. Da schreibst du dir im Aufsatz, diesen Sommer fuhren wir kurz nach Italien. Erstens heißt es nicht Italien, sondern Montenegro. Dann nicht fahren, sondern rasen. Hä, rasen. Gell? Dann, statt diesen Sommer, sagt man am Summo. Sagen wir mal. Ähm, Summe. Ja, nicht schlecht. Und dann da. Es heisst nicht wir, sondern dem Grast. Das ist äh, das ist variabel genitiv. Ja, ja, ja. Und kurz heisst Krossschnell. Also du musst sagen, respektive schreiben, also am Summo sind dem Krossschnell nach Montenegro grast. Ja, und immer so. Geil. Ah, ich spiele ihm Fall Trompete, hey. So, und jetzt gehst du raus. Und gib uns. Gut. Malte. Ja? Die Hose. Aha. So. Ja, tiptop. Gut. So. Ja, tiptop. Gut. So.